Die Thriller-Bark haben wir gerade hinter uns gelassen und das Abenteuer im Sabo-Odi-Archipel beginnt. Juhu, Aloha und herzlich willkommen bei One Piece. Soll ich dich einladen? Ja, auf jeden Fall. Okay, uh, Mann, das füllt sich. Oh, alles voll. Ich will nochmal Brook. Brook, ich fand ihn beim letzten Mal richtig geil. Okay. Äh, wo waren wir? Archipel? Ja. Ich bin echt am überlegen, ob ich Brook dann nehmen. Hatte der irgendwie... Hatte der eine wichtige Rolle? Ich weiß es nicht. Im Archipel? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Kann man... Nein! Gut, wen würdest du nehmen? Frankie? Hast du eine wichtige Rolle? Ich glaube, da hatten auch nur die Hauptcharaktere wichtige Rollen. Vielleicht sollten wir uns darauf auch beschränken so ein bisschen. Beschränkt bin ich sowieso. Wen würdest du nun spielen? Boah. Ja, ja. Sanji? Der am Shopper. Guck mal an. Alle haben so viel Leben und alles. Aber Shopper. Bip. Kein Wunder, dass du nur fünf Berry wertest. An die Pfanne zieht. Oh Mann, ey. Spezialangriff. Ah, ich will auf jeden Fall mal wieder was mit viel Gesundheit. Ich glaube, ich nehme Sanji. Ey! Ach so, du wolltest Sanji. Kannst du auch machen. Kannst du auch machen. Nee. Jetzt nehme ich Ruffy oder Zorro oder so. Nee, nee, nee. Ich nehme Zorro. Okay. Ja, ich liebe Zorro. Outfit ändern? Es geht hier. Bis gut, bis gut. Ah shit. Sekunde. Hubs. Falschthaste. Sich wieder einladen. Oh Mann, ey. Schon wieder? Unpassbar. Ich wollte nur nochmal den Spruch hören. Ja, ja. Nein, natürlich. So. Gut. Ja, oder du gehst nicht nach dem Maßstab. Ich spreche perfektes Japanisch. Ich habe das mal gelernt, muss man dazu sagen. Das ist eine starbe Sache. Spannend euch, das wird nicht lange dauern. Hey, yo. Ja, das ist Kizaru. Oh, komm, im Po, was auch immer im Po ist. Wir wissen doch, was passiert ist. Das wird ja sowieso gleich gesagt. Ich glaube, das ist eine starbe Sache. Ich bin sehr schön, als ein Mann. Ich wollte dich, Monkey D. Luffy. Mein Name ist Silver's Lady. Was ist das, dass du hier so großartig bist? Ich bin hier in diesem Land. Du kannst du diesen Namen nennen? Herr, was ich wollte dich? Was ist das? Was ist das? Du bist nur das! Traffi! Oh ja! Ja, aber auch nicht so eine Frauenstimme, so wie bei Bart Simpson, dass man auch am optischen wenigstens merkt. Das ist geil! Echt, ich kann nichts machen? Hm. Hm. Hm, das könnte ich machen. Meinst du? Ja, kannst du ruhig machen. Ja, danke mach doch, du bist so allein! Danke sehr! So, ich kriege wenigstens hier einen dritten Slotmann. Slotmann. Wir haben keinen Eggi-Münzen, wir haben echt gar nichts an Münzen. Okay. Na gut. Ah! Lockdown-Outfit habe ich. Ich darf es nicht verändern. Fähigkeiten auswählen, zack, da gibt es noch was drittes dazu. Piraten-Kizuna-Angriffe werden stärker, ist der Hammer. Wie immer. Berry-Wachstum, ich hau mal auf voll, nicht? Oder? Sollten wir es leisten können? Ja. Ja, komm mal rein. Komm. Mach's da einfach mal. Eben. So, du bist. Ja. Dann mach ich das auch erstmal. Äh. Äh. Oh, du hast ja unglaublich fetten Spezialangriff. Äh, Hammer nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das bringt alles nix. Da bist du schon auf drei Slots. Ah. Bringt alles nix. Aber das ist schon beides drin. Ich wollte gerade sagen. Was kannst du jetzt? Flambiert mit Schuss. Feuertopf. Spezialangriff und eigener Overdrive. Okay. Okay. Das heißt, du kannst jetzt verschiedene neue Angriffe? Ja. Oh. Warte, waren die eingesetzt? Ja. Ich glaub schon, oder? Nee. Ach so. Nee, müssen wir noch machen. Ah. Okay, dann hau rein. Ah, aber wir haben nur eine davon. Ach so. Mhm. Oh Mann. Ist ja gefickt eingeschädelt. Ja, genau das. Ähm. Was ist denn der Overdrive? Was ist ein Overdrive? Ist die Frage. Ich weiß es nicht. Also, ich würd sonst erstmal den Spezialangriff nehmen. Ja, mach. Da sind wir uns sicherer, was ein Spezialangriff ist, als was ein Overdrive ist. So, was? Du kannst jetzt Sanjis Spezialangriff flambiert mit Schuss einsetzen. Mhm. Dieser Angriff benötigt mindestens zwei Balken in der Spezialangriffsliste. Ah. Das kennen wir schon von Franky. Stimmt. Das heißt, dann einfach... Ach so. Ach so. Ach so. Das heißt, wenn man das geschafft hat, kann man es einfach einsetzen. Tansis eigener Overdrive. Overdrive, Feuer-Tap. Feuer-Tap. Tef-Tap. Kann jetzt eingesetzt werden. Feuer-Tap. Okay. Ich frag mich nur, wie. Ja. Das werden wir noch rausfinden. Noch einen zurück. Hast du schon? Das ist alles gut. Noch einen zurück. Dann kannst du vielleicht auf Spieleinfo. Ja. Ja. Und... Steuerung. Steuerung. Okay. Hm. Warte. Hammelschuss. Warte. 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 Feuertopf. Warte. Warte runter. Warte. Warte. Wenn das jetzt so nacheinander kommt, könnte das auch danach jetzt sein. Also als allerletztes, wenn es sortiert ist. Nö. Okay. Nichts dabei. Dann... Hier ist flambiert mit Schuss. Ah. Okay. Geh nochmal runter. Geh zu den Rush. Wenn wir sehen. Mal gucken. Ich weiß es auch nicht. Naja. Alles klar. Dann los. Vielleicht ist auch der Overdrive der ganz normale Angriff, wenn du hier in diesen, äh... Kisune-Modus geht. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Wenn die Leiste so näher brennt. Oh, man kann Trafalgar als Begleiter nehmen. Echt? Oh, ich nehm Teufi. Dann nahmen wir den beide auf. Ja. Dann geht das schneller. Ist gar nicht so doof. Können sich auch sammeln im Prinzip. Echt? Ja. Erstmal einen voll machen. Und dann den anderen. Also einen haben wir jetzt. Ja. Dann wechseln wir mal auf Rapping. Ja. Der Speicher, das ist ja stimmt. Müsste. 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 Ja, das ist ja... Müsste. Müsste. Hast ja noch ne Leiste. Ähm... Huch. Müsste. 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 Mcusste. Müsste. Müsste. jaja Jetzt ist es doch ausgelaufen er hat gesagt hier auf Klo aber nein er will kommen folgendem Rundfunk und Problem und derzeit Anseln aber zu mir auch und er hat er gesagt Lundin hat um eine Blase ausgetaucht in der Sitzung in der Erdkunde wohl war mit so ist das Namys erschienen Ah, jetzt können wir sie als Begleiterin nehmen. Echt? Gut, dann bleib ich auch gleich mal dabei. Oh, Sanji natürlich zu. Nabi-Line! Nabi-Line! Das in der Mitte machst du? Ja. Gut, dann renne ich schon mal nach oben rechts, da wo es blinkt. Äh, weil hier mal nichts ist. Ach so, ach, hier ist das Witzhaus von Silver Riley. Oh, wie cool. Das heißt, ah, evakuieren Okta. Ich glaube, wir sollten Okta evakuieren. Sollten wir das tun? Weiß ich nicht. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Möglich. Wenn da steht, evakuieren Okta. Könnte es möglich sein? Das ist das Spiel, das wird uns vollkommen. Wow. Was ist denn? Das Nabi als Begleiterin ist einfach nur der Arme. Nabi ist richtig krank als Begleiterin. Oh, Nabi ist voll. Ich würde sie auch gerne benutzen. Ja. Machen wir mal. Alles klar. Und. Der Liebessturm. Sehr gut. Der Liebessturm? Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Ach, jetzt Okta. Gut, ich bin bei Okta. Okta hat, Gott sei Dank, auch noch viel Leben. Oh, Alter, was ist denn hier los? Guck mal an. Oh. Ich glaube, ich kann gleich Nabi nochmal einsetzen. Ja. Ich lade sie auch gerade schon mit auf. Ja, ich auch. So, ich setze auch gleich an. Ja. Oh, ich habe, glaube ich, deine Seite auf. Oh, ich lade sie auch und dich rein. Alter. Ich könnte Sanjis speziell ausprobieren. Geil. Und Nabi ist voll. Schon wieder. Ähm. Was war da? Hängt auch schon wieder hier viel los. Da wussten auch, ob da ist dein Ziel. Da muss ich nichts mehr machen. Alter, wo bist du? Du bist auch in der Mitte. Machen wir mal die Marinekommandante platt hier. Ja, ich würde gerne hier nochmal einsetzen. Ja klar. Und mehr? Sein Bescheid. Ja, jetzt. Okay. Und dann hau ich mal nach hier rein. Zack, da sind wir auch gerade so viel los. Ponduhoa. Ponduhoa. Alter, das war voll Geld wieder. Das war's nicht mehr. Da ist noch ein Blasenkommandant. Oh, die sind bei Okta. Renn du mal schnell bitte zu Okta. Okay, besiege Fragezeichen. Ja, rechts oben. Ich glaube, ich frage Fragezeichen. Ja, Okta ist doch auch hier, oder nicht? Ja. Deswegen musst du da auch hin. Achso. Alter. Wow. Oh. Was denn? Kuma. Ach, du Kacke. Soll ich kommen? Oh, nur Kiri. Ach, ich glaube, das geht sogar. Und ich kann ausrasten. Dann raste. Yo. Ich raste dann auch mal mit. Wäre schade drum. Ponduhoa. 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 Das ist von Bruno, oder? Oh, ja. Das ist eine Spezialfähigkeit. Ponduhoa. Das ist eine Pufftour, oder? Na komm schon. Ich kann nicht treffen, oder? Ich komme zu dir. Ja, nee. Er ist ja hier schon auf dem Boden. Marco. Ah, Tatsache. Noch eine Tatsache. Ponduhoa. Was ist das? Der war eine Super-Scheid für die Welt. Und in der letzten Scheid der Welt, er hat sich in der Zeit, den der Welt der Welt der Welt geöffnet. Er hat sich nicht nur geöffnet, die die Kraft des Lebensstil. Das war er. Als ich, der Welt war eine gewisse Geschichte. Das war es ein sehr tolles Leben. Also, der Welt der Welt ist, wie das von Roger ist. Das war's für heute. Ich bin der海賊! Wenn ich nicht ein Wettbewerb, ich werde nicht sterben! Kannst du das? In diesem Zeitpunkt werden die Erinnerung von deinen Erinnerungen entfernt. Ich bin auch stark. Kannst du diesen starken海igen? Ich werde nicht sterben. Ich bin der海ige, der der海ige ist der海賊! Ich schieb den mal in eine Ecke, wo er nicht so wichtig ist, ja? Ja, sehr gut. Ich meine, der steht hier schon mitten im Gebiet Rom. Wir haben neue Kumas bekommen. Was? Ach nee, doch nicht. Kommandanten einfach nur. Ach ja, stimmt. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht Kumakuma. Das ist ja nur ein anderer Pazifisto-Misto. Pazifisto. Wo ist denn die Tür? Ich hab die Tür verpasst. Oh, durchdrehen, durchdrehen, durchdrehen. Oh, ich will auch durchdrehen. Gemeinsam durchdrehen. Ja, alles klar. Oh, ich glaub, wir haben ordentlich was weggeräumt. Ich glaub, da war was. Hinter uns sind nur noch zwei Kreuzche. Ja, in der Tat. Leben ja noch. Ich bin ja noch. Bam. So, Nami schon wieder voll. Oh, super. Ich mach Franklin noch voll. Ach, Reboot abgeschlossen. Er ist wieder da. Okay. Wurde reaktiviert, oder? Machen wir mal. Was müssen wir gerade machen eigentlich sonst noch? Außer ihm auf den Nase hauen? Ach nein, jetzt kommt Sakomaru. Ruffy und Dick. Alter, er hat noch keine Chance gegeben. Ach, er ist gut. Ach, da. Komm schon. Bam. Das war's jetzt wieder. Auf die Nase gefallen. Zwei Stück weitere sind erschienen. Aha. Pachish West. Aua. Er hat mich getreten. Äh. Äh. Warte, ich hab den einen hier auch schon gleich fast... Ach nee, der ist schon. Den haben wir. Oder? Schisch. Schisch. Was müssen wir denn machen? Ich weiß nicht, wie wir die machen müssen. Weiß ich auch nicht. Alltet, den Feind auf. Alles klar. Machen wir. Kriegen wir hin. Feind aufhalten, die sind gemeistert. Oh, ich hab ihn nicht getroffen. Scheiße. Ach, ach, ach. Läuft du schon mal weiter. Ja, der ist noch deaktiviert. Ich passe die Pazifist Tiere hier. Hier ist unser ganzes Team. Das ist ganz cool. Wir müssen die Pazifister alle in eine Ecke schieben. Kommen sie nie wieder raus. Alle reinschieben. Äh, wo bist du? Ich bin bei den anderen hier. Okay. Ich geh dann mal ein bisschen weiter. Da blinkt irgendwas Punktiges auf der Karte. Ja. Oder es sind Kreuze. Das Lysop. Ah, okay. Und Nami. Und Sanji. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Ich bin bei den anderen. Ja, sehr gut. Das Hammer. Das ist ja der Hammer. Hammer. Ja, Hammer. Super. Was ist das? Ramocke. Marco. Oh, Hammer. Ramocke. Da kommen wir auch bei uns hin. Stimmt. Ach, die war ja auch schon da. Ich frage mich, ob die jetzt hier das dann auch so gemacht haben. Dieses... Zwei Jahre? Wie viele Jahre waren das? Zwei Jahre, oder? Ich glaube, es waren zwei. Wie die jetzt mit den zwei Jahren gemacht haben. Und die jetzt auch nochmal sieht. Boah, das wäre so cool. Das wäre so cool. Ich bin echt gespannt. Ich finde das schade, dass man Handsome gar nicht gesehen hat. Oder kommt der noch? Weiß man nicht? Ich meine... Das ist auch... Eigentlich war das Arc auch eine relativ... Was sind das denn für Leute? Hier sind Leute mit Seilen. Mit Anker. Was ist bei dir denn los? Marinekämpfer mit Anker. Ah! Geht weg. Oh, yo. Bam. Zicke. Wo sind denn die anderen beiden? Die sind da. Ach, wer ist denn da hinten? Scheiße. Da ist irgendeiner in irgendeinem Gebiet drin. Lass mal eben hier Nami und Sanji in Ruhe, weil hier ist einer. Oh, ich habe aufgeladen hier mit Frankie. Ja, dann war ja klar. Ich... Wollen wir mit Frankie? Ja, machen wir mit Frankie. Alles klar, und los. Sehr gut. Zack. Zack. Perfekt. Also, ich habe hier... Das Gebiet... Huch. Eingenommen. Ah! Nein. Kizune. Eigentlich auch. Kizaru, nicht Kizune. Ist doch das, was ich sagen wollte. Oh, ich finde ihn so geil. Oh, ich finde ihn so geil. Der ist so gemütlich, ne? Oh, ich würde gleich mal eben hier einen Nami verbraten. Warum ist Nami schon wieder runter? Was, Nami ist runter? Ja. Mensch, Nami. 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 So. Das gehört uns. Dann kann ich mal eben hier weg. Ah, wir können mit Nami ausrasten. Äh, ja, aber noch nicht. Warte, ich gehe mal eben in das andere Gebiet, wo das Fragezeichen ist. Dann rastet ich uns. Okay, ich will auch mal eben schauen. Hier ist mal ein schönes großes Lager. Ja, das haust du weg? Ach, ich kann dir gar nicht rein. Scheiße. Hä, komme ich da auch noch von deiner Seite rein? Also nicht. Das ist ja einer auf dem Weg dahin, glaube ich. Äh, wie ist die Tür jetzt aufgehört? Ne, ich wollte schon sagen. Östliche Kai. Ah, okay. Nein, Kai wurde eingegelassen. Der arme Kai. Kai. Ich part mal rein, ja? Ja, okay. Wow. Yo. Alter. Alter, was ist denn hier los? Hinter uns ist auch noch ein Fragezeichen. Scheiße, in irgendeinem blauen Gebiet. Wieso ist meine Karte eigentlich so klein? Du wirst irgendwann mal die Pfeiltasten nach rechts und links vertreten. Okay. Oh, okay. Manchmal wird gar nicht so schlimm das hier. Ach, scheiße. Hier ist Seto Baru. Okay. Kriegst du den weg? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Von rechts oben kommen die ganzen Pazifisten jetzt. Ja, ich sehe das. Boah. Aber ich hau erst mal Sato hier. Krieg die Martin weg. Hat er nicht auch die Pazifister irgendwie angeführt? Ja, ja. Er ist der Anführer von Pazifister und hat da nicht nur die Kontrolle. Oh, ich habe den Namen fertig. Wollen wir? Ja. Auf rein. Okay. Und dann direkt noch die Sato Mario. Den haben wir. Den haben wir. Ja. Super gut. Scherzereignis. Scherzereignis? Scherzereignis. Scherzereignis. Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, das ist ein Schuss, Maru. Oh, das ist nicht so. Was hast du da? Du bist schon auf dem Meer? Nein, du hast keine Kontakt. Du bist schon. Du bist schon wieder hier. Oh, ich weiß. Was kackt da, jo? Was kackst denn, du? So ein kack. Hier ist noch ein Blasenkommandant. Was steht da da einsam rum? Der Einzige, der hier noch lebt. Ähm, MM. Ja, wir sind gut auf dem Weg. Gut unterwegs, auf jeden Fall. Ja, dem Weg nach Orania City. Ja. Auf dem Weg nach Orania City. Ähm, du bist auf dem Weg. Kannst du mal nach rechts oben nochmal gehen? Das ist noch ein rotes Lager. Das stört mich. Rechts oben. Ja, du siehst auf der Karte, das ist rote rechts oben. Bashi Fiesta. Ja, das sieht ja nicht schön aus, ne? Nee, eben. Und ich versuch mal das unten links. Bevor wir das große stürmen, machen wir alle klein erstmal, oder? Ja. Das sollte ja ganz gut funktionieren. Ah, Nami und Sanji sind schon hier. Gut. Scheiße, da kommen Lichtstrahlen von oben jetzt. Das wollte ich gar nicht machen. Ah, Gott. Deine Welt sind die Bärchen. Oh, die dunkle. Okay, Hausmaß drin. Ja. Oh, ich muss mich richtig hinstellen. Oh, das hat sich gelohnt. Oh, das hat er auch gesagt. Oh, das hat sich gelohnt. Oh, oh, ohne Kiering. Alter, ist das was mit dem gemacht. Wohltätig, der Arme. Oh, der war gerade Ruhm. Oh, jetzt habe ich hier schon wieder anrein gemacht. Na, wie schon wieder soll. Das sind die Pazifister. Achso. Machen wir Nami. Nami machen wir, oder? Brauch schnell rein. Ah, warte, warte, warte. Ja, okay. Ich kann hier schon weiter. Hier sind zwei Pazifister. Die nehme ich im besten Fall noch mit. Ja, ich nehme den. Sack, ich weiß ja nur ganz wenig, was hat funktioniert. Sehr gut. Zwei Pazifister komplett weggeblüht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier läuft noch einer in Richtung unserer Leute. Ihn fang ich mal ab. Bringe den Weg, blockiere ich. Achso. Und durchdrehen. Da ist noch ein Blasenkommandant. Der darf da nicht alleine rumstehen. Wo müssen wir denn sonst noch hin? Pazifister. Wow, okay, das hat gar keinen Schein gemacht. Wo ist denn die Law? Weiß ich nicht. Schön, dass der Sturm auch den Pazifister hier durch die Gegend wirft. Bin? Ah, da muss ich liegen, wenn ich irgendwas halte. Halte den Feind. Da, bringe den Weg blockierenden Pazifister zu Law. Wo ist denn der Weg blockierende Pazifister? Ähm, äh, äh? Und wo ist Law? Hier ist einer. Okay, er redet. Du brauchst zu lange. Ich sag doch, bitte. Also bevor er... Bevor er rebootet. Hä? Wo ist denn Law? Und wie soll ich den da hinbringen? Ach, muss ich den hinter mir herziehen, wenn du das? Oh. Kann sein. Okay. Wollen wir hier schon mal ein bisschen auf? Ja. Ich versuche, den mal zu Law zu bringen. Hallo. 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 Pazifister. Ohne, Kiri. Komm schon. Hallo. Sanji hat angefangen mit Pazifister zu bekämpfen. Es tut mir leid. Pazifister wurde reaktiviert. Alter. Komm, du sollst dich bewegen. Du Saftsack. Bring dir den Weg blockieren in Pazifister zu. Ach, da ist Law. Da ist Law. Wo ist Law? Hier ist Law bei mir. Wo bist du? Äh, in dem Camp. Ach, da bist du. Ja, okay. Warte, er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Warte, warte, warte. Er kommt doch. Ja, 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 ja. In der Nähe von Los im Pazifister. Aufgehör zu funktionieren. Ja, die beiden kommen. Die beiden kommen. Ach so, gut. Wir sind jetzt hier. Wir können ausrasten mit Namen. Ja, aber noch nicht. Von mir aus jetzt. Okay, du willst. So. Ich hab die bei Law. Ich hab das Lager hier. Muss ich die jetzt kaputt machen? Ich weiß nicht. Ich mach die jetzt einfach mal kaputt. Okay. Ey. Das ist es. Nutz den Trick. Nutz diesen Trick, bevor er reboot. Was? Lysop ist geflohen? Was? Wie Lysop ist geflohen? Wo ist denn Lysop geflohen? Hä? Hä? Wo? Wo? Wir haben fast die ganze Map kontrolliert. Verdammt. Ich wollt grad sagen. Wir haben alles kontrolliert. Lysop fliegt. Ach nöööööö. Mach hier gleich mal ein Ponderhawk und dann siehst du überhaupt was los ist. Ponderhawk. Verdammt. Na gut. Ja. Nächste Folge. Verdammt. Dann werden wir das in der nächsten Folge nochmal. Das ist doch scheiße. Wir hatten doch nur das Ende. Das war doch nicht mehr viel. Nee. Kann echt nicht mehr viel gewesen sein. Verdammt. Müssen wir eigentlich nochmal durch. Ja. Wir gucken mal. Wir wissen mal. Nääääh. Och ich würde erstmal sagen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Alles beste.